Der ist 658 Meter hoch, der willst du nicht mehr ein. Wenn du eine Karte sehen, da guck. Hallo Leute, heute sind wir in Grafschaft auf dem Wilsenberg und gleich geben wir an den Wilsenberg und gleich geben wir an den Wilsenberg und den Wofnestrum hoch und viel Spaß dabei und bis gleich, riesen paar Informationen. Nun. Was man klar, guck. Hallo, ich bin Andreas und hier sind wir im Wildsmächt-Turm und da werden wir jetzt gleich Ruhe aufgeben. Ich bin Andreas und jetzt sind wir auf der zweiten Ebene. Wenn ich ganz oben schaue, weiß ich nicht, weil ich habe ein bisschen Höhenangst und hier haben wir erstmal noch einen Augenblick. Gehen wir mal gleich rum. Hier ist noch ganz nach oben jetzt. Wenn ich hoch gehe, weiß ich nicht, ich entscheide gleich. Und wenn wir gleich oben sind, dann sehen wir uns, wenn nicht, dann nicht. Ja, tschüss, wir gleich. Hier haben ein paar Liebespaare was verlassen. Maike zum Beispiel kenne ich nicht, Lise auch nicht. Ich kann lesen, wie hoch der Turm ist. 17 Meter ist der hoch. Eigentlich so hoch, aber für mich ist er zu hoch. Ich möchte mich, also, in der Tür aufnehmen. Und dann schauen wir uns, wie hoch der Turm ist. Ich bin sehr gut, wenn wir uns sind. Ich kann läuten, wie hoch der Turm ist. Und wir sind immer noch ein paar Mal. Und denn, also, es ist das, wie hoch brauchen wir es. Und dann bin ich. Ich kann es nicht mehr als eine Art Dermer, Und dann bin ich, ich wäre, woher bei ihr zu essen. Und dann bin ich, mit einem das Teufel zu schlauern. Ich kann es nicht mehr so hoch. Und du kannst es nicht mehr wie hoch. Und da kann man nicht hinsetzen, falls man Pause machen möchte. Da ist ein Brunnen, da ist aber geschlossen. Das ist von der Regenwall hier, könnt ihr nachlesen, da, guck, da, da, guck. Hört mich, jetzt abstehen wir uns vom Füßenwärtssturm und ja, tschüss, das Wärtssturm, tschüss. Und dann für uns gleichier und die Gäste. Gut, wenn du nachlesen, da, guck, schutz, und komme aus dem Füßenwärtssturm und geht dann, Und dann ist das hier, wenn du nachlesen, dann die Gäste. Geht dann den Gäste die Gäste, dann ist das, was den Gäste.